Willkommen zu ein paar 101's Der Typ ist komplett retarded Warte, ich hab keinen Bock mehr Naja, ich will mich einfach mal ganz kurz dafür entschuldigen dass so wenig Videos in letzter Zeit kommen Stream in letzter Zeit öfter mal auf Twitch wieder Also da könnt ihr definitiv gerne ein Follow lassen Link ist dazu in der Beschreibung Es lohnt sich auf jeden Fall Was mir mal aufgefallen ist Ich krieg über 50% meiner Watchtime von Non-Subscribern Also falls ihr Non-Subscriber seid Aber gerne mal ein Video schaut Dann würde ich mich echt freuen wenn ihr ein Abo droppen würdet Das hat jetzt keiner gesehen, bitte, danke Ich hatte gerade meine mündliche Prüfung in Englisch Ich muss sagen, es war nicht schlecht Ich habe eine neue Lehrerin in Englisch Und die hat mir halt legit Sollten wir eine Stunde vor der mündlichen Prüfung das erste Mal haben Da hat die uns einfach freigegeben Da hat die uns einfach freigegeben Wo ich sagen muss Das ist schon mal eine gute Grundlage Wenn du uns einfach freigibst Oder irgendeinen Grund Weil es war ganz okay Also ähm In einem Dings hatte ich mit einer meiner Lieblings Englischlehrer Ähm Ja Ich habe irgendwie das Gefühl Wenn du mittags auf Timolia was zocken willst Dann bekommst du die hinterletzten Tryhards rein Was ich persönlich sehr schwer ist, ne Aber so als ich in den vor Also wir sollten in den Vorbereitungsraum Als ich da in diesen Raum gegangen bin Erstmal der Lehrer der da war Der da Aufsicht hatte Hat so eine halbe Stunde gebraucht Um die Aufgaben auszuteilen Und dann als ich meine Aufgabe gesehen habe Als ich die Aufgaben gesehen habe Dachten wir dann auch so Aber das war auch wirklich so geil Wenn sie es im Unterricht In die Übungen By the way Dem Typ habe ich schon harte Ehre genommen Wir sollten so im Monolog Drei Minuten lang sprechen Im Unterricht Kein Ding labere ich so komplett Problemlos drei Minuten rüber Mit den Links die wir da bekommen haben Dann in äh In der Klausur jetzt Ich hör auf Denk mir so Jo das waren so locker drei Minuten Vielleicht sogar ein bisschen höher Ja also wenn du willst Du hast noch eine Minute Und ich denk mir nur so Wollt ihr eigentlich nicht sterben? Aber alles in einem war ganz clean Ein paar Leute sagen Dass ich so gerne eins bekommen könnte Ein paar Leute meine ich einen Und ich weiß nicht ob der Typ laggt Oder ob der Ja die Typ laggt Na dann Wenn es euch gefallen hat Lasst doch lieb gerne Like, Comment, Abo Geht jetzt jeder Schaut gerne auf meinem Twitch Und allgemein auf meinen Socials vorbei Bis dahin Ciao Ciao